Wieland & Schulz mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße sowie Niederlassungen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland überzeugt seit über 30 Jahren. Kompetenz, technisches Know-how und Innovation stehen bei uns auf der Tagesordnung. Unser Kerngeschäft ist die Planung, Ausführung und Begleitung von modernster Elektro-, Gebäude- und Systemtechnik in Industriequalität. Die Kundenwünsche von öffentlichen Auftraggebern und industriellen Bauherren stehen im Vordergrund. Rund 120 qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Wieland & Schulz GmbH stellen sich jeden Tag neuen Herausforderungen im Bereich der Projektierung, Planung und Ausführung. Um einen bestmöglichen Service für ihre Kunden zu bieten, steht das mittelständische Unternehmen permanent auf Expansionskurs. Für weitere Querdenker, Visionäre und Teamplayer mit Start-up-Mentalität steht die Tür der Firma Wieland & Schulz immer offen. Ideen werden hier gefördert. Eines unserer Projekte war das Schloss in Mannheim. Hier setzten wir fortschrittliche Lösungen aus den Geschäftsbereichen Gebäudetechnik, Sicherheitstechnik, Gebäudeautomation, IT und Kommunikation sowie Automations- und Verfahrenstechnik um. Auch alternative Energien, insbesondere die Installation, Montage bzw. Service wie zum Beispiel von E-Mobilität, gehören zu unserem Portfolio. Brand- und Einbruchmeldeanlagen sind in unserem Unternehmen zertifiziert und werden ebenso von der Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebnahme bis hin zur Abnahme und Wartung durchgeführt. Für den Aufgabenkomplex EIB KNX stehen ausgebildete, qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. Du arbeitest gerne mit den modernsten Technologien? Dann bewirb dich bei Wieland & Schulz. Wir freuen uns auf junge Talente.